Zum doppelsteigen ganzen Boden sind sie hier. Garneval in Rio ist in Mitte des Kurses aufgemacht. Wassergraben hinter diesem Innern des botanischen Gartens. Wieder einer dieser Hochweitsprüge. Erscheint jetzt quasi eine Art Lagune im Parcour mit dem 4,30 Meter weiten Wassergraben. Kontrolle bekommen zum Aktivprodukt von Lampen, diesem Steil, wo dieser Mauer so luftig, frisch in der Zeitsgelbe, die Scouten mit einem kurzen Wink hier zu diesem Sprung. Und Mixa ist hellwach. Die Flanken, die Bähnen, der Coppa-Kamera, noch die zweifache Kombination der Musikinstrumente. Und in diesem Ring ist wahrlich Musik drin und unter dem Schatten. Bis zum letzten Jahr, verwendet er sich in der Anzeige der Ausbrüge. Verkürzt in der Rundspunk kommt sie nicht an den Hochzeit. Machen und Fisker unter den Einfehler, den in diesem Spitzleiter ganz der Zeit in einmal unter euch. Aber mit 4 Punkten ist er auf jeden Fall jedes Mal in der Vorderung. Der beste Zechstieg von den insgesamt 75 Magen am heutigen Tag. Jetzt kommt der Allmann, Christian Allmann, der erste deutsche Stadion mit einem seiner Parade-Ferien in der letzten Jahre, der will er herkommen. Metat und Witzert. Erzgarten, die mal verlässt, ein bisschen Schatten sinken, steht hier im Sonnenlicht, im Rampenlicht. Der Mann aus Malz und wieder unten, mal, mal, der Keller war. Er möchte endlich, endlich einmal ganz oben für den deutschen Team auf dem Trennchen stehen. Mit diesem Pferd, mit dem er schon mit dem Kampfinalsieger wurde, in einem Moment der Kodexform. Da hat er, wie die Reiter sagen, eine Baustelle an der Kombination. Und da sehen wir hier den Bundespfeder und diese Feder, die noch bei den O-Bindern und in diesem Spitzleiter verhalten. Das war...